Mh Wollen wir mal in der Waffa probieren? Naja, ich nehme hier den Panzer, glaube ich, ich repariere den und nehme den Panzer Wahrscheinlich unerscheinlich, dass wir das schaffen Ja, deswegen repariere ich hier den Panzer Ja, ich bin dabei Ich bin drin Hier ist, glaube ich, kein Gegner Ja, ich will aber nicht über die Hauptschaste fahren Achso, Alter, denkt da mit, da oben ist ein Jet Willst du zur Tankstelle zu E? Ja Okay Müssen wir nur gucken, dass der Jet uns nicht sieht Wenn wir Pech haben, saufen wir hier dran ab jetzt Ja Willst du wieder fahren? Ja, bitte Da oben ist der Heli Ja, ich treffe den aber nicht im Monro Okay, dann lass mal Wir haben keinen Punkt, das ist ein bisschen uncool Ja, dann lass mal hier E einnehmen Zumindest versuchen, pass mal auf auf Minen Okay, hier ist alles safe Ich sehe keine Minen Ja, wir gucken, wo wir nicht sofort abgeschossen werden Hier ist noch Rauch drunter Ja, hinten im Panzer Von wo? Meine Richtung, wo ich hinschieße Ich repariere Ja Ich bin tot Nee, da kamen die Wiper noch Ja, da kamen die Wiper noch Alter, guck mal wie sie alle liefen aus unserem Team Ja, ja, das war ihm Alles richtig schlimm, ey Nur weil Was für Lappen Ja, komm, Alter Wenn man so dominiert wird von so'n Typen Ich will mir überlegen, äh Luftabwehr zu spielen Boah, das ist aber sehr eintöniges Gameplay dann Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wenn die Wiper eingestiegen, aber wir werden Intense attack Ja, wahrscheinlich auch Ich geb euch 20 Sekunden Und der Typ ist von alleine abgeschürzt, können sie vergessen Oh Kannst du bei mir spawnen Naja, ich will es trotzdem mit der Wiper probieren Ja Ja Wiper direkt Ja Ich nehme ein Jeep und fahre aus einer Position, wo keiner erstmal wieder rechnet Also, Conquest macht echt nur Spaß, wenn das wirklich ausgeglichene Teams sind Muss man einfach sagen Okay, sag, wo fährst du denn lang? Am Arsch der Welt hier Ja, ich war ne Map-Grünze Ja Ich bin trotzdem beschissen Alter, da ist ein Panzer direkt hinter uns Fahr mal ein bisschen zick-zack oder so Ich steck aus, dass ich freu mich hier Ja Ich komm mit niemandem Weg Ja Alter, ihr Scheiß-Holtschnupfen, ey Ah Das macht ihr doch eh nicht, Alex Ja Ah geil, ich will immer dann Anti-Air Vielleicht Ja Wir kontrollen jetzt alle Objectives Egal, das holen wir jetzt noch Lass mal zu irgendeinem unbewachten Punkt Lass mal zu C Zu D ist glaube ich am besten Weil es gewonnen geradezu Und jetzt, 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 da war ein Gegner rechts egal Das kommt nicht schaffen Nein, 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 nein Nice, Hammer, nice Steck auf, steck auf, steck auf, steck auf, steck aus, ähhh Ja, die Viper hat mich noch im Blick Oder nicht mehr Alles klar, lass los doch Nach oben D Ich hab 17 Ich 16 Ja Ja, das coole ist hier, warte, hier kann man sich von oben so ranzen liegen Und von oben schon mal so ein paar Gegner unter Beschuss nehmen Ah, das wird eh eingenommen Also von daher, lass uns jetzt hier so schnell wie möglich Hier hin campen Und, ähm Erstmal Biki was einnehmen Alles klar Alles klar Glöcher Gut Direkt, direkt wieder zu C Dessen Gegner Ist tot Oh, ok Direkt zu C, äh, ich werd beschossen Ja, ich weiß nicht wo du bist, wo du bist Ähm Von oben, von oben, ähm, ist, ja warte, ich hab den Er ist tot Bist du auch tot? Nein, nein, ich nehm den C ein Den C ein Ach, du nimmst schon C ein? Ach, David Oh, geil Achso, ok Ja, warte, ich komm hinterher Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier wechseln, wird D sofort wieder eingenommen Aber egal Who cares? Jo, ich bin jetzt auch bei C Du liegst da auch voll nicht offensichtlich Auf Äh, auffällig unerfällig Ah, das kann natürlich auch sein, ne? Eher unwahrscheinlich, aber naja Guck mal, wegen uns, äh, David wieder eingenommen Erstmal hier übers Wasser hin Ja, lass mich nach oben Ja, nee, ist ein Panzer oben Bei D Ja Ja, ok, wir sind ja Dings, Pioniere Wenn wir das geschickt anstellen, dann können wir den Panzer eventuell knacken Ich renne außen rum Ich glaube, wir müssen theoretisch beide außen rum, sonst kommen wir da gar nicht nach oben Kann ich schon mal wieder einen nehmen Ja Ich renne auf jeden Fall schon mal wieder einen Ich auch Ist unser Panzer, den ich da höre? Ja Nein, das ist der, nein, das ist der Nein, das, nein, neben uns ein Panzer, ich hab ihn gehittet Neben uns ein Panzer, Sebi Ja Schieß auf den Ist ein ausgestiegen? Ich hab ihn mit der LPG gekillt Jetzt schieß auf ihn, was machst du denn? Ich hab, ich hab, ich hab, ich schieß den noch an Ist kampfunfähig Ich hab wieder gehittet, ein Kid noch und der ist im Arsch Der ist ausgestiegen, ja In welche Richtung? Fahrzeug zerstört, der ist in meine Richtung Der ist bei mir, der ist bei mir Äh, der hat mich Äh, der ist dabei, der, der kommt, der kommt, der kommt zu dir, der kommt zu dir Ich hab ihn, warst du ein Medic? Ne, er auch nicht, tut mir leid Der ist, der, der ist noch am Leben Der ist noch, nein, ich hab einen anderen, der ist noch einer Der müsste da außen irgendwo sein Von hinten kommt einer Loll, ist schlecht Ich hab die, ich hab ein Magazin non-zoom draufgehalten, also ohne Ansoom Der hat noch 25, ich hab die, schade Ja, da war auch ein bisschen voll von mir, ich hab den zu spät, ich hab gar nicht drauf geachtet, dass der Ja, das war auch nicht, das war einer, der von hinten gekommen ist Ne, ich meine jetzt bezogen auf den, der mich getötet hat Der ist da da, weißt du, der ist so hinterm Stein wieder hergekommen Und da hab ich gar nicht drauf geachtet, dass der hinter dem Stein wieder herkommen könnte Da war ich ein bisschen verwirrt auf einmal Äh, lass zu, ähm Na, eh, eh vielleicht Wenn wir uns in einem der Häuser verschanzen, können wir das eventuell packen Beziehungsweise erstmal gegen den Baum fahren Und dann wieder zum freien Loll, er steht im Panzer hinten Ja, deswegen fahr ich auch immer Ja, nice Ja, nice Fucking genius Loo Hol Ich weiß nicht, ich Okay, Sniper Mhm Ich find's cool, weißt du Und das war für'n Rosen-Sheet, ja Ich hab Ich hab alles gerade mal eben so eine Viper, weißt du, so eine Viper-Rakete auf mich zufliegen gesehen Ich glaub, die ist mir voll ins Gesicht eingeschlagen oder so So, Batsche, voll ins Gesicht Ich flieg jetzt mal ein bisschen Jet hier Es kommt sicke Jet-Action Zehn Sekunden Zehn Zehn Sekunden Neun Acht Sieben Sechs Zwei 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 Eins Ich kann von hier eh einnehmen, ich liege in einer richtig geilen Position. Ich sieht mich keiner, weil ich liege in einer Kiste drinnen. Ja, okay, Fireblaze hat eindeutig einen Hack an. Fireblaze? Ja, der lag nämlich auf dem Boden und der ist einfach im Haus, wo kein Mensch das sehen konnte. Der hat mir einfach mit seiner Magnum Scope gegeben. Wer mit der Magnum Scope richtig umgehen kann, der ist eh ein Hacker. Ja, der lag direkt um die Ecke, in irgendeinem Haus. Oh, der hat mir einfach, der hat mir einfach in die Ecke bekommen und hat mir direkt um die Ecke auf mich gezielt. Okay. Also der konnte gar nicht wissen, was ich da bin. Okay, E ist eingenommen, äh A ist eingenommen. Gut, ich komme mit dem Panzer zu E. Du bist doch bei mir im Panzer. Oh. Ach, du bist, dass der da eingestiegen ist. Ach so. Ich habe dir auch schon in den Chat geschrieben, dass du zur E fahren sollst. Aber ich dachte, du wärst ein anderer. Äh, Rakete, Rakete, Rakete. Rakete. Ja, warte, ich weiß, wo der ist, der Mongo. Ja, warte, ich weiß, wo der ist, der Mongo. Ja, du ja auch. Oh, die sind auf der anderen Straßenseite. Oh, die sind auf der anderen Straßenseite. Also ich habe, ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Ich habe zwei getötet. Da ist noch ein dritter. Ich habe einen dritten getötet. Ich glaube, da ist jetzt keiner mehr. Wir werden beschossen. Ich werde beschossen. Ehe, ist eingenommen? Ja. Ja. Kommst du wieder zurück? Mein Panzer? Ist der voll... 1... 91. Lol. Lol. Das sind den anderen Panzer. Hier. Wo ist denn der? Hier, wo ich bestehe. Wahrscheinlich steckt da jetzt auch gerade jemand anders rein. Nein, nicht für Quadrat. Alter, ich habe voll Schnupfen. Das tut mir voll leid, wenn ich jetzt wieder mal mit der Nase hochziehe oder so. Aber ich habe richtig heftig Schnupfen. Scheißhäuschnupfen. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Oh, du kannst ja auch richtig toll auf der Straße bleiben. Halt mal im Maul jetzt. Wie so ein vollkommen betrunkener. Der Panzer? Ja. Warte, ich könnte theoretisch noch... Der Einschuss verfehlt. Fährst du jetzt hinten rum oder wie? Und... Ja, ja. Ich könnte dich theoretisch reparieren, wenn du da oben stehen bleibst. Ja, okay. Das ist apropos stehen. Ja, gut. Das ist eine super Position. Ich repariere dich. Ich bin tot. Ich hätte nicht aussteigen sollen. Aber die Viper, die wir die wahrscheinlich sind... Ja, wir haben die Viper.